Was ist Sozialpolitik? Hier geht es darum, die soziale Lage von benachteiligten Gruppen zu verbessern, und zwar hinsichtlich Lebenschancen und Existenzbedingungen. Hier gibt es aber auch nochmal ein übergeordnetes Ziel, also warum man sich dieses Ziel der Sozialpolitik überhaupt setzt. Und hier geht es eben darum, ärmere Gruppen zu integrieren in die Gesellschaft mit dem Hintergedanken bzw. mit dem primären Ziel, eine stabile Gesellschaftsordnung zu haben. Denn von einer stabilen Gesellschaft, da profitieren dann eben wirklich auch alle Mitglieder einer Gesellschaft, also alle Bürgerinnen und Bürger. Ausgangspunkt ist in Deutschland hier die Sozialgesetzgebung von Bismarck. Der hat gelebt von 1815 bis 1898. Das Sozialstaatsgebot in Deutschland lässt sich aus dem Grundgesetz ableiten und eben aus Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Und hier kommt man ja auf drei Prinzipien im Endeffekt, beziehungsweise drei Dinge, um die es übergeordnet gehen soll. Zum einen der Ausgleich von sozialen Gegensätzen. Außerdem eine gerechte Sozialordnung. Und als dritter Punkt die Existenzgrundlage zu sichern. Das Sozialstaatsgebot lässt sich also aus unserer Verfassung, aus dem Grundgesetz vor allem ableiten. Hier ist das eben in unterschiedlichen Artikeln verankert. Beispielsweise in Artikel 1, hier finden wir die Würde des Menschen. In Artikel 3, da geht es darum, Ungleichbehandlungen eben abzubauen beziehungsweise auch schon zu verhindern. Und auch noch in Artikel 6, das kann man hier auch noch entsprechend erwähnen. Hier geht es um die Ehe und Familie, dass man das eben fördern möchte, sodass es für niemanden zum Nachteil gereift, wenn er eine Familie gründet. Aus der Verfassung, also aus dem Grundgesetz, kann man jetzt bestimmte Bereiche ableiten. Hier wollen wir mal exemplarisch auch wieder auf drei Bereiche schauen. Beispielsweise die Chancengleichheit. Und hier ist dann ein Punkt, der Zugang zur Bildung. Dass das also für alle möglichst gleich einfach ist. Als zweites Beispiel können wir den Schutz von Arbeitnehmern uns anschauen. Hier gibt es ja Regelungen zum Arbeitsschutz. Und das schützt einfach insofern, dass jemand, der auf einen Job jetzt angewiesen ist, nicht irgendwie ganz gefährliche Arbeiten hinnehmen muss, sondern hier gibt es dann entsprechend den Arbeitsschutz. Und als drittes Beispiel haben wir dann noch die Absicherung von sogenannten Risiken des Lebens, die eben nicht von jemandem alleine getragen werden können. Also es geht nicht darum, alle Risiken abzusichern über die Gemeinschaft, über den Sozialstaat, aber halt die Risiken, die nicht von jedem alleine bewältigt werden können. Und da zählen dann zum Beispiel auch natürlich gewisse Ausprägungen von Krankheiten dazu. Dann wollen wir jetzt nochmal exemplarisch das Ganze ein Stück weit noch greifbarer machen. Also ganz konkrete Dinge, die der Sozialstaat tut. Und hier beginnen wir mal mit der Bereitstellung von Kindergärten. Ich denke, das nehmen wir, soweit wir in Deutschland aufgewachsen sind, ja einfach ein Stück weit als selbstverständlich hin. Aber prinzipiell stellt sich ja mal die Frage, wenn ich jetzt drei Kinder habe, warum soll jemand anders auf die aufpassen? Der normale Weg wäre hier dann natürlich, ich bezahle ihn dafür. Und das würde aber selbstverständlich zahlreiche Familien vor Probleme stellen, weil das ja sehr viel Geld kosten würde. Und dementsprechend übernimmt diese Aufgabe der Staat und stellt hier Kindergärten zur Verfügung. Als zweites konkretes Beispiel, da schauen wir mal auf Transferzahlungen. Der Staat gibt also gewissen Leuten Geld. Also beispielsweise, wenn ich Kinder habe, dann bekomme ich Kindergeld. Kinder kosten Geld, logisch. Und hier will man dann eben auch wieder verhindern, dass Familien bzw. Personen, die eine Familie gründen, benachteiligt werden. Eine zweite Möglichkeit für Transferzahlungen, das ist das BAföG. Das also jemand bekommt, teilweise, wenn er eben studiert. Je nachdem, wie seine finanzielle Lage auch schon ist. Und als drittes Beispiel, es gibt Vorschriften zum Mutterschutz, die eben ganz klar besagen, wann eine Mutter, eine werdende Mutter und so weiter arbeiten muss bzw. wann sie eben nicht arbeiten muss bzw. auch wann sie nicht arbeiten darf. Eine spannende Frage, die sich hier jetzt natürlich stellt, ist, wie gut oder wie schlecht sind wir denn dran in Deutschland mit einem Sozialstaat? Wobei diese Bewertung natürlich immer eine Frage der Perspektive ist. Ich denke, das muss uns klar sein. Es gibt hier die sogenannte Sozialleistungsquote. Und diese sagt eben, welchen Anteil des Bruttoinlandsproduktes ein Staat, eine Gesellschaft eben, für rechtsgeregelte Sozialleistungen ausgibt. Und hier wollen wir jetzt erstmal auf Zahlen für Deutschland schauen, im zeitlichen Verlauf und dann natürlich auch noch im internationalen Vergleich. Es gibt hier Zahlen, zum Beispiel, dass 1913, also wirklich schon eine Weile her, in Deutschland 3,1% des Bruttoinlandsproduktes für Sozialleistungen ausgegeben wurden. 1938 war das dann schon eine ganze Ecke mehr, nämlich circa 6%. 2020, also da sind wir jetzt wesentlich näher an heutzutage dran, hat das Ganze dann schon 33,6% ausgemacht. Also sprich, 33,6% des Bruttoinlandsprodukts wurden für Sozialleistungen ausgegeben. Und das ist natürlich, wenn wir das vergleichen mit 1913, ein massiver Zuwachs. Diese Zahlen findet ihr im Sozialbericht der Bundesregierung, wo das eben immer entsprechend ausgewiesen wird. Schauen wir mal auf die internationalen Zahlen. Hier schon mal so viel vorneweg. Im internationalen Vergleich kann man sagen, dass Deutschland ein Stück weit auch eine Umverteilungsmaschine ist. Also es wird hier wirklich im internationalen Vergleich ein sehr hoher Prozentsatz an Geldern umverteilt innerhalb der Gesellschaft. Es gibt hier von der OECD eben einen Bericht über die Sozialausgaben, auch wieder entsprechend dem Anteil am Bruttoinlandsprodukt des entsprechenden Landes. Und die Zahlen, die aktuellsten, die ich gefunden habe von 2019, hier ist es so, dass Frankreich sehr weit oben ist mit 31%. Also die geben 31% des Bruttoinlandsproduktes für Sozialausgaben aus. In Deutschland sind es 25,9%. Wenn wir uns jetzt noch andere Länder anschauen zum Abgleich und zur Einordnung, in der USA waren es 2019 18,7% und in der Türkei beispielsweise lediglich 12%. Klar ist hier natürlich immer auch, wir haben hier zwei Einflussgrößen. Also wir haben auf der einen Seite die Sozialausgaben, wie hoch sind die, und auf der anderen Seite das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wenn es hier zu Verschiebungen bei den Prozentzahlen kommt, kann das entweder daran liegen, dass sich eben das Bruttoinlandsprodukt verändert hat, oder dass die Sozialausgaben sich geändert haben. Klar ist auch, dass zum Beispiel, wie wir vorhin schon gesehen haben, in 2020 in Deutschland die Sozialleistungsquote eben relativ hoch war mit 33,6%. Und dass hier dann eben ja gewisse Besonderheiten, wie beispielsweise die Pandemie, Corona-Pandemie, entsprechend eine Rolle spielen. Wenn hier dann das Bruttoinlandsprodukt ein Stück weit zurückgeht, gleichzeitig der Staat mehr Leistungen bietet, dann ist natürlich klar, dass die Quote nach oben geht.